Ist es letztlich dieses Angstpotenzial, was die Leute an die Möglichkeiten von Transhumanismus glauben lässt und letztlich auch die künstliche Intelligenz überschätzen lässt? Das ist das religiöse Bedürfnis, was Schleiermacher beschrieben hat. Der Mensch hat ein religiöses Bedürfnis und das wird in traditionellen Gesellschaften durch die großen Religionen gestillt. Und wenn die traditionellen Gesellschaften die Religionen aufgeben, wie das der Westen im Wesentlichen getan hat, muss das religiöse Bedürfnis, dass ein biologisches Bedürfnis ist wie Atmen, laut Schleiermacher, muss das, das ist natürlich nicht so vordergründig wie Atmen, aber kommt etwas weiter hin in der Bedürfniskette, dann muss das anders gestillt werden. Wir stillen das jetzt durch solche Narrative wie die von Harari. Harari ist nichts anderes als sozusagen ein Pseudotheologe dieser neuen Religion und der hat so viele Anhänger, weil der eben das religiöse Bedürfnis anspricht. Und die wissenschaftliche Stichhaltigkeit von dem, was er sagt, ist gleich null. Der Mann ist ja auch Historiker, der hat keine Ahnung, von dem, was er spricht. Es ist für mich eine Qual, die Texte zu lesen, weil sie auch unglaublich arrogant geschrieben sind und vermessen, also auch voller Hybris. Also ein Punkt blähte sich auf, da wurde er eine Null.